Deine Haltung ist nicht so, wie du dir das vorstellst. Du hast das Gefühl manchmal, die Schultern kommen schon ein bisschen weit nach vorne und dieser Rundrücken, der wird eigentlich immer mehr und du versuchst immer auch unbewusst oder bewusst im Alltag dagegen zu wirken, aber irgendwie viel besser wird es nicht. Heute zeige ich dir drei sehr effektive Übungen, um deine Haltung zu verbessern, um wieder den Weg in die Aufrichtung im Oberkörper zurückzufinden und drei Übungen, die du auch sehr leicht in deinen Alltag integrieren kannst. Ich freue mich natürlich, wenn du deinen Kanal abonnierst und wenn du kein Video in Zukunft verpassen möchtest, aktiviere doch einfach die Glocke. Wenn dir das Video gefällt, einen Daumen hoch und natürlich super ist es für uns alle, wenn du in den Kommentaren schreibst, wie geht es dir denn mit deiner Haltung, wie geht es dir mit den Übungen, wie hat sich das über die Jahre entwickelt, weil das ist natürlich für alle interessant, um da auch eine gewisse Vergleichsmöglichkeit zu haben. Wir starten jetzt los mit den drei Übungen, wenn du bis zum Ende dran bleibst, gibt es noch einen Quick-Tipp am Ende von mir. Im Liegen stellst du deine Beine auf, dann streckst du deine Arme nach hinten, hebst die Hüfte maximal vom Boden ab, wichtig, Zehen, Füße fest in den Boden drücken, Becken geht hier schön nach oben, nicht absinken. Immer wieder so ein bisschen nachjustieren, das Becken Richtung Decke schieben, halten, atmen und auch das Brustbein möglichst nach oben schieben Richtung Decke. So, jetzt langsam, mit rundem Rücken, bewusst runder Rücken, Wirbel für Wirbel abrollen, manchmal knackst du auch, das ist gut, da lösen sich die Blockaden in der Brustwirbelsäule und dann kommen wir wieder ganz nach oben. Noch einmal, Becken schön Richtung Decke drücken, nicht die Zehen heben, Zehen in den Boden pressen, halten, atmen, gut, wieder langsam Wirbel für Wirbel abrollen, ohne den unteren Rücken abzulegen und ein letztes Mal, Hüfte heben, halten, Zehen sind fest im Boden, Becken bleibt oben, nicht absinken, gleich haben wir es geschafft, Gut, und dann nochmal langsam abrollen und jetzt ganz nach unten kommen, kurz die Knie heranziehen. Gut, für die zweite Übung, kommen wir nach oben, auf die Knie, so, in den Kniestand, du hebst die Arme und beugst die Ellbogen so zur Seite, so im rechten Winkel ungefähr die Ellbogen beugen und jetzt gehen wir hier in eine leichte Rückbeuge. Achtung, nicht aus dem unteren Rücken, ich weiß, dort haben wir mehr Mobilität, vor allem wenn wir hier oben eingeschränkt sind, aber wir wollen ja genau hier oben in der Brustwirbelsäule mehr Mobilität haben. Deswegen kannst du manchmal auch als Hilfe den Finger auf dein Brustbein legen und hier nach vorne drücken, dass du spürst, dort in diese Richtung wollen wir uns bewegen, hier in dieser Region. Also einatmen und dann ausatmen, auf die Fersen setzen, Hände und Kopf zum Boden bringen. Wieder aufrichten, Arme beugen, Achtung, oberen Rücken mobilisieren, nach vorne schieben, ablegen. Nach oben kommen, wiederholen, so acht bis zehn Wiederholungen. Und achte, dass du die Rückbeuge nicht aus dem unteren Rücken machst, nur aus dem oberen Rücken ablegen. Atem nicht vergessen, tief einatmen, langsam ausatmen. Gut. Für die letzte Übung kommen wir zum Stehen. Jetzt bringen wir die Hände hinterm Rücken zusammen. Wenn sich das nicht ausgeht, Finger ineinander. Kannst du auch ein Handtuch als Hilfe nehmen. Dann streckst du, so gut es geht, deine Hände nach hinten unten, machst eine leichte Rückbeuge, Schultern gehen nach hinten, Schulterblätter ziehen zusammen. Und dann beugst du dich nach vorne runter, lässt die Hände hinterm Kopf Richtung Boden fallen. Kommst wieder nach oben, Rückbeuge, einatmen, ausatmen, nach vorne runterkommen. Einatmen nach oben, leichte Rückbeuge, nach vorne runterkommen. Jetzt wiederholst du, acht bis zwölf Mal. und damit haben wir die wichtigsten Bewegungen für die Mobilisation im Oberkörper integriert. Also, drei Übungen, wenige Minuten, für mehr Beweglichkeit. Kleiner Tipp für mich, du kannst es immer wieder auch in Pausen, während der Arbeit, dazwischen mal einbauen. Du kannst es auch am Sessel sitzend machen, also du einfach eine Lehne hast, dich einfach so nach hinten fallen lässt. Diese Bewegung brauchen wir. Und zweiter wichtiger Tipp, die Rückbeuge nicht aus dem unteren Rücken machen, sondern aus dem oberen Rücken machen. Das war die Übungssequenz für mehr Mobilität, für eine bessere Haltung in deinem Oberkörper. 95% aller Menschen haben hier in diesem Bereich im Rücken schon mal Beschwerden gehabt. Fast 90% im Schulter-Nacken-Bereich. Meistens sind es funktionelle Beschwerden, also Verspannungen, muskuläre, fasziale Ursachen. Da helfen uns Übungen sehr gut. Und in diesem neuen Buch stelle ich dir die besten und effektivsten Übungen inklusive Tests, inklusive Erklärungen, inklusive Programme vor Rücken, Schultern, Nacken.